Grüß dich Papa, schön dich zu sehen. Ist ja erst zum dritten Mal heute. Sag ich mal, ist das jetzt eine Metzgerei oder ist das eine Bibliothek? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja, ich sitke dich nicht mehr den ganzen Tag bloß noch lesen und du arbeitest überhaupt nix mehr. Ich bilde mich fort und lese über die neuesten Trends in der Lebensmittelbranche. Insektenburger zum Beispiel sind nachhaltig und voller Proteine. Insektenfleisch ist das neue große Ding. Insektenfleisch? Man muss ein bissel mit der Zeit gehen und den Leuten geben, was sie wollen. Was die wollen? Kannst du dir vorstellen, dass so eine gute Wurst aus Insektenfleisch gemacht wird? So was kaufst du doch keine alte Sau ab. Und das schmeckt er? In der Frage warum nicht? Deshalb.